Also ich gehe jetzt davon aus, dass es hier nicht passt. Ich gehe nochmal ins Store oder so. Also, dass wir da vielleicht noch ein Item brauchen oder ein Tipp. Ach, ich weiß es nicht. Cemetery. Er sagt es doch so fröhlich. Das ist schön. Schön. Kann man hier weitergehen? Nein. Auch nicht. Ja, ja. Incense. Keine Ahnung. Ah. Ich habe nie gedacht, dass die Moon so alt war. Das ist ein mean looking bird. Oh, take your time. They ain't going anywhere. Mostly. I'm in the market for a leg bone. You Leonardo's new assistant, then? I am. Yes. I assist him with all bone-related matters. So, uh, you bring the goods? Goods? What kind of goods? If you're really Leonardo's assistant, you know exactly what kind of goods. Oh, right. Those goods. Yeah, let me, uh, go get them. Yeah. What's with the plant by the gate? Angry little shrub bit me right in the ass. See? Yep. Okay. Got it. Thank you. Had my keys in that pocket, too. Now I'm locked out of the, um, you know, miscellaneous doors. Is that your Raven over there? Yeah, it's a union thing. Every graveyard's got to have at least one ominous foreboding bird. Some people go owl, others go vulture. Long as it creeps you out. See you around. Toodles! Den mag ich. Das ist ein freundlicher Charakter. Castle, Shag. Cozy. Cozy, allerdings, allerdings. Note. Hey, these drawings are pretty good. Maybe the Gravedigger is making a comic about a guy with severe mood swings. Ja, ja. This guy sure has some pretty specific opinions about different moon phases. This guy sure... This guy sure... Okay, pass auf. Äh, wie war der Mond draußen? War der so? Ich glaub, den hatten wir schon ausprobiert, Peace mit zwei. Sonst war der... Es war ein... Viertelmond oder so. Peace und Roboter. Okay, merken wir uns. Versuchen wir uns zu merken. You know how sometimes in adventure games, the protagonist will pick something up, even though nobody in their right mind would go anywhere near that thing? This is one of those times. Yes. Oh, oh god! Oh, it smells exactly like blue cheese! Mmh, toll, toll! Oh, hoe! You don't need a hoe to dig graves, right? I'll just borrow this for a while. Sehr gut. Brauchen wir bestimmt. Paintings. Oh, sind die interessant. Ja, welcome to Widow Cuties! Ja! Okay, alles klar. Ich glaub, wir haben hier alles. Castle! State your business, Stranger. The Duke isn't entertaining guests. What? I was here earlier, and I think I left something behind. Describe the object. It's a big black and white thing. With four legs. Kind of hairy. That's a cow. You're saying you brought a cow here. Yes! And that you think you left it here. Exactly! You are unbelievably bad at this. I'm here for the 1030 tour. All tours have been canceled due to lack of guides. Where'd all the guides go? The Duke's two gestures used to do the tours, but they couldn't stop arguing about how to do them. So the Duke threw both of them in jail until they learned how to play nice. How do a couple of gestures not get along? They always look like they're in a good mood. Trust me. Clowns are always angry on the inside. Okay. Sir, I challenge you to a suspicious sky. Squint off! Bring it, Rook. I squint suspiciously for a living. And then I do it for fun on the weekends. Begin! Get it! Pathetic. Go home and be a family man. He's also a cool guy. We need to go. We need to go. Here, Lotz. I'm not sure how... I'm not sure how... Okay. I'm not sure... Okay, I don't know. I feel like I skipped reading something about one of these in high school. I... Okay. Von der Seite? Nein. Okay. Kann ich jetzt mit der Ho... Äh, die Tür verschließen sonst? Oder das Ding vorher abbrechen? Ich weiß es nicht. Ah, wir probieren es mal hier. Zack. Und los! What? It's the cart, that the corpse delivery man used earlier. I could climb in there, but it'll be pretty obvious I'm not dead. Naja. Oh, dann riechen wir vielleicht noch irgendwas. No. No. I'm not sure how those go. Hmm. Okay, dann gehen wir erstmal... So. So, Madame. Treten Sie. Treten Sie outside. Ja, bottle. Looks like it's empty. Open this door right now! Coming! I just slipped on some gravy. Am I the kind of person that would steal meat out of somebody else's stew? Hell yeah. Guess I am. I should really work on that. What's going on out there? Just a minute. I think the hinges are covered in syrup. What? What? Exo. She's not gonna want to use the cracked ones, right? I'll just grab a few of those. You've got till the count of three, John! Hang on, it's a really windy... Oh. Was das? I don't think that will work. I'm not sure how the... Okay. I'm not sure how the... Okay. I don't think... I don't think... I don't think... I'm not sure how the cheesy smell is super concentrated inside the jar. I'm not sure how the... Oh. I'm not sure... Was soll ich denn damit? No, I... Hmm, 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 hmm. Now the bottle reeks of blue cheese. Aber warum? Was soll ich denn? Was, was, ich... Ah, okay. Nee. Ja, ich auch nicht, Kollege. Hey, uh, do either... I'm not cutting in line. No question! Hä? Das hatten wir schon. Ich hab nicht neu gestartet. What? Could you, uh, whip me up some of this brownification elixir? I'm afraid I only have time for orders from high-value customers tonight. Hey, I could be a high-value customer. If you were a high-value customer, you would have sent a servant. Besides, I don't have any of the ingredients right now. Hm. See you later. Hm. Boil one Ravenfeather to create base-darkening agent. Add sliced Tentabellroot as needed to achieve desired brown hue. Okay, wissen wir, wo wir dies sind. Und die wissen wir auch theoretisch, wo sie ist. Dem wissen... Äh, von dem wissen wir auch, wo er ist. Ähm, hm. Äh, von dem wissen wir auch, wo er ist. Während ich sicher, dass er das Fleisch essen wird, ich bin nicht sicher, ob das alles erreicht wird. Äh, ist vielleicht satt dann. Äh, ich denke nicht. Okay. Ich bin nicht sicher, wie das... Oh. Es wird die Hose... Äh, ich bin nicht sicher, wie das... Äh, ich bin sicher. Ja, ja, ja. Ähm, ich bin sicher. Was für gut denn heute? Ah ja. Gibt es noch was im Shack? Können wir vielleicht mit der Hacke, die wir jetzt haben, die Fassade ein bisschen abbröckeln? Okay. Ist ja gut. Pass auf. Vielleicht geht sowas. Habe ich das schon ausprobiert? Ich glaube ja. Kann ich die Sachen reintun? Ja, was mache ich denn mit dem Fleisch? Ich weiß es nicht. Ich muss lieber Leon... Neonardo! Run! So. Fassade. Und ich weiß es nicht. Oh Mann. Ich auch nicht. Ex. Nein, ich... Ich dachte, ich hab dir gesagt, zu bleiben. Aber... Es geht nicht weg! Nein! Wir können immer noch hier was machen. Heißt das irgendwas Gutes? Oder ist es was Schlechtes? Ich weiß es doch nicht. Oh, das war nicht. Na, das war nicht. Schlimmisch! Ich war nicht. Ich war nicht. So was. So. So ist das. So... So ist es... Ja 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 ja. Letzva. So, so? Ja, jetzt müssen wir uns das wieder antun. Ja, ja. Ist ja gut. Gar nichts. Okay, bye. Kann ich irgendwas mit dem Stillleben hier machen? Gibt es irgendwelche Raben, die wir mit... Ach, ich weiß es auch nicht. Kommen wir denn in die Rabenfeder ran? Ich weiß nicht, was ein Rabe ist, aber kann man unterscheiden, ob die Dinger reichen oder nicht? Ah ja. Hm. Hey, wait your turn, rech. I'm not cutting in line, oh. I'm not sure. I'm not sure. I don't. Alberto's, Alchemicals, Sun Trees, and Miscellany. Hm. Hm. Come with him stove, stove, irgendwas mal hier. Nah, I'm not hot. It's already plenty cooked. I don't think that... I'm not sure how those go together. Okay. Cheats, oh. This thread count is incredible. Somebody knows how to shop for linens. I'm not sure. I'm not sure how to shop for linens. I'm not sure how to shop for linens. Können wir uns da nicht in unser Versteck und da reingehen dann? Do I go and tell you... Do I go in my room soku? Do I go et my right now? Hmm. Do I go and the hard thing to smoke? Hahaha. Ja, pretty much. Okay. Not looking under there. Books. Notes on the disruptive effects of fragrant smoke on swarm behavior. Boring. Subject name, Brian Connors, age 34. Subject displays above average musculature, consistent with making massive gains and getting hella swole. Oh, okay. Ah. Nice. You gross? What a eye. What is that? The mouse over text says it all. The mouse... Okay, nice. Hm. Kann ich hier nicht? Nee. Ah, warum sind da eigentlich solche Lampen hier? Na gut, ich werde keine Fragen mehr stellen. Vielleicht doch.